einen schönen guten morgen wünsche ich euch schade dass es kein geruchsfernseher gibt her da steigt der nevel aus dem wald auf und es riecht so argenehm herr ich komme gerade von der nachtschicht heim gehe jetzt gleich duschen da werde ich mich hier lächeln normal gehört jetzt hat es einfach in den wald gegangen und einen klärspaziergang gemacht ganz egal ob es gerechnet oder nicht aber ich bin so fertig ich habe viel airwild gehabt heute nacht also dem sinne ich wünsche euch einen schönen tuner stark da aus